Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich natürlich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt auch gerne. Dieses Video wird mich auch extrem supporten und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item Shop an. Und heute haben wir einen sehr weirden Skin drin. Ich denke mal, der war irgendwann drin, als ich im Urlaub war, weil jetzt hier nicht neu steht und ich den auch noch nie gesehen habe. Deshalb war der wahrscheinlich irgendwann letzte Woche drin. Der ist einfach ein Elch Skin. Wirklich ein kompletter Elch in normalen Klamotten. Sieht schon sehr, sehr weird aus. Da haben wir als nächstes den Oberknacker mit den vier Stilen, die neu reingekommen sind. Jetzt seit Kapitel 2. Dazu haben wir dieses Vogelknacker Backpack, das ja dann letztes Winter reingekommen ist. Das heißt sozusagen, jeden Winter ist irgendetwas an diesem Nussknackerskin einfach dazugekommen. Was nämlich witzig ist, dass da einfach immer weitergearbeitet wird. Dazu gibt es dann die Weiblich-Variante, Knackerella. Und die Schneekugel als Spitzhacke, sowie den Hackenknacker im Mod. Wo man erstmal denkt, man hätte nicht genug FPS. Aber das Ganze ist natürlich so gewollt. Dann haben wir hier den Funkel-Skin mit der Flocken-Schwitzhacke und der Kristallkutsche. Als nächstes haben wir den Zuckerfreak. Und wie dünne Beine kann man eigentlich haben? Das kann mir keiner erzählen, dass das in irgendeiner Proportion zu den restlichen Sachen steht. Egal. Ansonsten sieht das Skin auch wieder ziemlich weird aus. Heute zwei komische Skins drin. Der sieht aber auch einfach nicht besser aus. Der sieht genauso strange aus, wie die anderen beiden. Denn hier kann man immer in die Kopfverdeckung abnehmen und dann sieht er aus wie ein normaler Skin. Aber, Alter, das sieht so strange aus. Also, ich weiß nicht, ob ich damit freiwillig spielen würde. Dann haben wir auf jeden Fall als nächstes hier den Kusch-Schlickleiter. Dann Schlittchentour mit Fortbewegungs-Mode, das ziemlich witzig ist. Ich glaube, ich hatte es schon mal gesehen, in-game. Wenn wir dann eben bald einfach so auf einem Schlitten fährt mit diesen Mini-Rien-Tieren vorne. Das ist ganz witzig auf jeden Fall. Dann Klingel-Kling. Einfach genau die gleiche Musik auch hier wieder drunter. GG. Und dann haben wir noch heute neue Schneetag. Das ist der schnellste Schneemann-Bauer, den ich kenne. GG. Ja. Genauso wird es nämlich auch bei uns aussehen, wenn nämlich draußen über 5 Grad sind und es einfach viel zu warm für Schnee ist. Ich hoffe, es hat euch dieses Video gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Vielen Dank.